Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem weiteren Part meiner Schuld bzw. Wetteinlösung Skiraxalus gegenüber. Ja, ich begrüße euch einmal mehr zu Tiana Sisters Twisted Dreams, Rise of the Eulengedöns und so. Ihr wisst schon, ihr könnt den Namen gerne selbst 20 mal aussprechen in Folge, meinetwegen auch rückwärts. Macht sicher Spaß und lockert die Zunge so ein wenig. Ich werde es nicht tun. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Part endlich, was ist endlich? Wir haben die Sturmwindriffe abgeschlossen und die waren ja super. Also das Level hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und bei allem Spaß kamen trotzdem nur zwei Sterne bei rum. Aber, mein Gott, wir haben ja noch ein paar Versuche. Und der nächste steht hier an mit der fliegenden Fabrik. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet, 865 Edelsteine einzusammeln, wovon ich wahrscheinlich maximal die Hälfte finden werde. Aber, ja, ich bin sehr gespannt, was mich, wie gesagt, erwartet. Es sieht so ein bisschen aus wie eine, ja, keine Ahnung, Spielzeugfabrik. Aber, ich glaube, zum Spielen oder Nachspielen wird mir nach dem Part wahrscheinlich auch gar nicht mehr sein. Wir werden sehen. Deshalb genug gesagt, weiter geht's. Viel Spaß, dir Skira und auch allen anderen natürlich mit Chiana Sisters. Eulen-Dingens. Uh, das laggt gerade ganz gut, aber ist ja Gott sei Dank nur der, ähm, Ladebildschirm. Der darf laggen, was er will. Habe ich kein Problem mit. So, dann wollen wir mal gucken. Moment, es sind auch wieder Schiffe im Hintergrund. Vielleicht, äh, ja, vielleicht können wir da doch nochmal so ein bisschen zurückgehen zu Captain Jack Eulenspiegel. Spiegel, ich habe keine Ahnung. Let's have a look. Ja, okay, also die Kanonen gibt's auf jeden Fall noch. Das finde ich schon mal super. Moment. Ähm, hm. Äh. Ähm. Okay. So weit, so gut. Ja. Ja. Gott dammit. Äh, ja, das fängt schon wieder wunderbar an. So, hier kann ich doch... Ja, gut. Äh, vom Blitz getroffen. Vom Blitz getroffen. Dammit. So, okay. Jetzt erstmal ein bisschen chillen hier. Die ersten Edelsteine eingesammelt. Wunderwerke. Ja, tatsächlich, wir haben wieder, oder wir haben immer noch... Ah, auch cool, dass ich hier einfach hoch kann. Haha. Ähm, wir haben hier tatsächlich wieder Schiffe, wollte ich sagen. Und da oben ist ein Power-Up. Das will ich haben. So. Dankeschön. Äh, ja, und wieder ein Bumper. Äh, ich hätte es doch erinnern müssen. Sollen können. Äh. Komm. There we go. Äh, Moment. Meine Neugier ist immer wieder... ...unermesslich. Aber da hier nur... ...totenköpfe zu sehen sind, würde ich sagen... Nope. Wir gucken uns diesen Bumper an. Ach ja. Ein Checkpoint. Das ist, äh... Äh, schön. Ja. Da lacht was. Nein! Äh! Was war hier denn? Okay, hoch, hoch, hoch. Weg, 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 weg. Oh, Jesus Christ. Okay, da ist leider auch kein Checkpoint. Das heißt, wir sollten hier ein bisschen... Äh, vorsichtiger sein. Aber natürlich auch die Kristalle mitnehmen. Soweit möglich. Ach, da oben ist ein Checkpoint. Ist das nicht dasselbe? Nee, ist er nicht. Ich will es mal hoffen, dass es nicht dasselbe ist. So. Oh, die Frames sind ziemlich niedrig, aber... Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs ansehbar. Ja. Ich wollte es ja nicht zocken. Ne? Ich möchte es nur noch mal betonen. Ähm, hallo? Sag mir nicht. Oh Gott. Natürlich. Äh, die Dinger wieder. Die nur, äh, die sich nur bewegen, wenn ich die Welt wechsle. Ja, komm, äh, hier, Cutie. Wir müssen ein bisschen... ...mit Bedacht hier vorgehen. Äh. Hä? Moment, da unten? Was leuchtet da? Oh. Da sind viele, 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 äh... ...diamonten. Wie komme ich da hin? Hm. Ja, guten Checkpoint hätten wir ja. Oh mein Gott. Okay, so. Äh. Ja, wenigstens habe ich die Diamanten. Das war's wert. Na, seht ja auch so, oder? Äh, Moment, Moment. Das war so nicht gedacht. Ich wollte eigentlich von diesem Dings... ...oh mein... ...oh mein... Äh... Äh, wait. Wait, 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 wait. Okay, okay, alles gut. Ach, ein Check... Uh. Ja, natürlich sind da oben auch noch mal Stacheln. Also ehrlich, das Spiel, ey. Okay. Up we go. Und wieder ein Checkpoint. Also, manchmal sind die ja wirklich auch sehr, sehr... Oh mein Gott. Äh. Sehr, sehr human gesetzt, sag ich mal, ne? Nee, 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 nee. Komm, ja, ja. Komm. Ach, das ist natürlich schlecht, ne? Okay, komm, wir lassen den einfach mal. Links liegen. Äh. Okay, da geht's hoch. Oh mein. Okay. Ja, da könnte man wahrscheinlich noch weiter... ...muss man sogar, oder wie? Ah. Ach so. Okay, alles klar. Ja, nee, 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 kein Problem. Kein Problem. Oder auch doch. Ja, das mit dem Dashen, das hatte ich im Hauptspiel schon nicht so... Seriously? Okay, come on! Ja, there we go. Okay. Da lacht sie, unsere Cutie. Ich hab sie ja doch gern. Auch wenn sie mir den letzten Nerv gerauft haben. Hafen, ja, vor allem Hafen. Verdammte Schiffe hier und so. Haben im Hauptspiel, aber... Ah, die kommen auch wieder. Okay. Oh, kannst du nicht in der Treppe hochlaufen? Oh, das tut mir aber leid. Und zwar genau gar nicht. Verdammte Mistdinge. Äh. Okay. Moment. Ähm. Wo hab... Irgendwo hab ich hier wohl etwas übersehen, weil... Ich glaube nicht, dass der einfach hier rumklippt ohne Dingens. Kann ich hier irgendwo noch runter? Sonst heißt es wieder hier... Äh, du blickst dich nicht mehr um. Natürlich gucke ich mich um, aber... Manchmal ist es... Ich meine, die müssen ja auch irgendeinen... ...Grund haben, oder? Äh. Das, äh... Das, äh... Sollte so nicht passieren. Hm. Äh. Oh mein! Ja, natürlich, natürlich. Ähm. Ja, tut mir leid, äh... Leute. Ich sehe hier keinen Zugang. Es sieht zwar fast... Es sieht zwar fast ein wenig so aus. Ich glaube ja nicht. Ah! Bleib du mal schön hier unten. Okay. Äh. Ja, wie gesagt, ich sehe hier leider keinen Zugang. Das hier sieht zwar so ein bisschen aus, als könnte man es zerbrechen. Aber, äh... Nö. Das bringt mich wohl nicht wirklich weiter. Ja, komm mal her, mal auf mit dem verdammten Dingens hier. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Es kann sein, dass da irgendwo eine Secret Location ist. Da geht es wohl auch hoch. Okay. Uh! Moment! Ich will, ich, äh... Hallo? Ich will das haben. Äh. Oder auch nicht. Nein! Verdammt. Oh. Äh, ja. Auch eine Möglichkeit. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da von... Ich glaube, da muss ich erst irgendwie nach... ...rechts nochmal gelangen. Oder? Wenn ich... Ne, verändert sich nichts. Okay. Weiter im Text. So. Ein Checkpoint. Das finde ich schon mal schön. Oh, mein. Moment, wir gucken erst mal hier runter. Wow. Und wären beinahe, äh... Joa. Ein bisschen angekratzt worden. Alter, wie viele... Möglichkeiten und Wege es hier auch hat. Oh, ja, 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 ja. Euch habe ich, äh, so unglaublich vermisst, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ah. 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 Ah, hier, hier. Nein, 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 nein. No. Gut, wenigstens muss ich jetzt schon mal auf die... ...Edelsteine nicht mehr achten. Eher Schweinebacken. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich könnte wenigstens, äh, hier noch drauf stehen. Auf dem Verbrennungsgeists, äh, Simulator. Aber nein. Ah, okay. Ah, leave me around. Ich tue euch auch nichts. Ehrlich nicht. Ich wollte noch wechseln. Ich wollte noch wechseln. Er hat aber auch Wege, ne? Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Geister immer wieder neu erscheinen. Das macht die Sache nicht unbedingt besser. Komm. Komm. Gut. Jesus Christ. So. Come on. Jetzt nicht, nicht, nicht hier. Nein, 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 nein. Ich dachte schon, das käme nur runter, wenn ich in Cutie-Form hier bin. Das wäre... Nein, das ist Edelstein, den will ich haben. Das wäre sogar zwei. Nein, 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 nein. Bitte, bitte weg. Ich war nie hier. Ihr habt nichts gesehen. Höh. Ja. Ach, hier wäre wieder so ein Geistverbrennungs-Ofen gewesen. Oh, 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 wait. Weg, 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 weg. Nicht, dass du hier auf irgendwelche blöden Gedanken kommst, Kollege. Okay, noch ein Checkpoint. Wieso ist die Kamera jetzt so komisch? Das gefällt mir auch gerade überhaupt nicht. Äh. Nope. Das war nicht schön. Ich hoffe, ich kann hier stehen bleiben. Ja, kann ich. Das ist gut. Höh. Huh, huh, huh. Äh. Ach. Ach, verdammt. Da habe ich nicht alle bekommen. Sollen wir das nochmal versuchen? Höh. Ich kann ja sogar hier, glaube ich, zwischenlanden. Höh. Ich hätte zwischenlanden können, wenn man es gekonnt hätte. Jo. There we go. Okay. Ja, das soll ja nicht heißen, ich, äh, lasse die bewusst liegen, die ich... Nein, 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 nein. What the hell? Waren da auch Stacheln? Die habe ich gar nicht gesehen jetzt. Oh ja. Whatever. Ja gut, die habe ich jetzt beinahe übersehen, hätte ich gesagt. Komm heran. Komm heran. So, Moment. Wie komme ich jetzt hier? Ja, das sind tatsächlich Stacheln und... Ah. Wie komme ich denn da hoch? Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ah. Nein, ich habe einen übersehen, ich habe einen übersehen. Ich denke, ich werde auch gleich mal einen Cut hier machen. Gott, ich habe jetzt 184 von 865. Ja, das war's. Das war's, tschüss. Goodbye. Ja, eigentlich ist es ja Schwachsinn, was wir hier machen, ne? Denn kein Diamant der Welt ist es wert, hier so oft hops zu gehen. So gesagt oder so gesehen. Aber... Komm, 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 komm. Gut. Guter Jung. Äh. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Dammit. Naja, ein Diamant pro Ableben... Ein gutes Verhältnis, oder? 1 zu 1. Finde ich super. Ich bin, äh, unglaublich stolz auf mich. Okay, äh, 0,1 ist natürlich suboptimal. Äh. Ich habe nach wie vor eigentlich keine Ahnung, wo ich hier bin, was ich hier mache. Es ist auch im Grunde wahrscheinlich völlig irrelevant. Ah. Okay, jetzt hier weiter im Text. Come on. Nein. Oh Gott, nein, nein, nein. Jetzt raffe ich es erst. Ah. Obwohl, ah, das passt noch. Ach, und das ist ein Checkpoint. Wird auch Zeit. Moment, hier. Äh, kann man nochmal... Ach, ja, klar. Komm, mach auf. Nein, ich will nach unten. Ich will nach unten. Da war, äh, hier, äh... Okay, keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, hier stehen zu bleiben, aber hey. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich werde zwar dann auch gleich weiterspielen, ne? Wisst ihr ja schon mittlerweile. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Äh, ja, ich hoffe auch du's, Kira. Äh, ja, ich bin eigentlich noch recht guter Dinge, wie man vielleicht auch so durchaus hören kann. Äh, es hält sich nur in Grenzen, der Frustfaktor. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und tschau tschau.